Weißt du, ach ja, guten Morgen, man sagt mal erst, guten Morgen. Weißt du eigentlich, was Irrsinn ist? Weißt du, was Schwachsinn ist? Wenn du morgens in der Arbeit kommst und der Chef wünscht dir einen schönen Tag. Boah du, das hat neulich meiner gemacht, da bin ich einfach nach Hause gegangen. Hey du, 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 das ist tot euch schon. Ich wünsch dir einen schönen Tag, macht euch gut.